Warte hier, Junior. Ich bin gleich zurück. Hast du Hunger, kleines Kerlchen? Eine Lasagne La Familia zum Mitnehmen. Ich werde dich Garfield nennen. Das geht! Guten Morgen. Wir brauchen die große Wage. Muss sie das vor der ganzen Praxis rausplärren? Sag stopp. Niemals, John. Überhäuft mich mit Käse. Das Leben hier ist fast perfekt. Ich konnte ja nicht ahnen, wie schnell sich das ändert. Odi, ich träum schon wieder. Hau mir eine runter. Es muss sich hier um eine Verwechslung handeln. Ihr sucht bestimmt eine andere bezaubernde süße Mieze-Katze. Komm mit, Junior. Das ist Vic, mein Vater. Willkommen zurück, Victor. Ich brauche deine Hilfe. Schnapp sie! Jahrelang sehe ich dich nicht und jetzt kaufst du auf und bist auf der Flucht vor einer irren Katze. Wir müssen dich abhärten. Ich weiß was hartes. Weg! Warst du mal bei einem Italiener, dem die Knabberstangen ausgegangen sind? Folgt meinem Beispiel. Junior! Oh, Cheddar. Gehört zu meinen 26 Lieblingskäsesorten. Meine orange getigerte Katze und mein Hund sind weg. Ihr Anliegen ist uns sehr wichtig. Vor ihnen sind noch 1046. Leute in der Warteschleife. Lasst sie fallen! Wir müssen meinen Papi retten. Wow, das ist cool. Du glaubst, du kannst es mit den Verbrechern allein aufnehmen? Wenn ich nicht zurückkomme, erzähl meine Geschichte. Ein bisschen möchte ich ihm helfen. Na, sonst lernt er nix. Nein, bitte, nein. Au, ist echt heiß. Au, tut echt weh. Au, au, au. Du hast nichts gesehen.